Hast du dir schon einmal den Kopf darüber zerbrochen, warum Katzen Decken so lieben? Das klingt vielleicht etwas seltsam, aber in Wirklichkeit ist es eine Beziehung, die tief in der biologischen DNA unserer flauschigen Freunde verwurzelt ist. Diese Decken sind für sie nicht einfach nur ein Stück Stoff. Hier sind vier seltsame, aber wahre Gründe, warum Katzen sich so sehr von Decken angezogen fühlen. Nummer 1 für Wärme und Komfort Katzen fühlen sich von Natur aus zu weichen Oberflächen hingezogen, deshalb lieben sie Decken so sehr. Decken spenden Wärme und Komfort und die Samtpfoten suchen oft die beruhigende Berührung einer Decke, um sich vor Gefahren zu schützen. Katzen sind entspannter und weniger gestresst, wenn sie auf oder unter einer Decke liegen, was ihnen zu einem besseren Schlaf verhelfen kann. Decken tragen auch den Geruch ihrer Menschen, den Katzen als Teil ihres Zuhauses und ihrer Familie erkennen. Nummer 2 um ihr Revier zu markieren Decken bieten Katzen nicht nur Komfort und Sicherheit, sondern dienen ihnen auch als Reviermarkierung. Katzen haben an der Unterseite ihrer Pfoten Drüsen, die Pheromone produzieren, und wenn sie eine Decke kneten, geben sie diese Duftstoffe ab. So beanspruchen Katzen einen Ort als ihren eigenen und signalisieren anderen Tieren, dass hier ihr Revier ist. Es kann auch sein, dass sie am selben Ort schlafen, um dies zu verstärken. Nummer 3 für Sicherheit und Geborgenheit Decken können Katzen auch ein Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit vermitteln. Werden Katzen beispielsweise zum Tierarzt oder an unbekannte Orte gebracht, können sie schnell ängstlich werden. In solchen Fällen kann die Mitnahme einer Lieblingsdecke helfen, die Angst zu lindern und der Katze ein Gefühl von Sicherheit zu vermitteln. Und Nummer 4 für die Spielzeit Katzen können Decken auch zum Spielen verwenden. Das ist für sie eine Form von Bewegung und Anregung. Sie können die Decke auch als Versteck benutzen, um auf Dich oder andere Tiere im Haus zu lauern. Möchtest Du jetzt noch wissen, was bei Deiner Katze absolut tabu ist? Dann schaue Dir unbedingt das Video an, welches Du jetzt im Bild siehst. Vergiss auch nicht, den Kanal kostenlos zu abonnieren, damit Du kein neues Video mehr verpasst. Und dann schaue Dir unbedingt das Video an, welches Du das Video mehr verpasst.